Ich will die Blume als solche in ihrer Schönheit, in ihrer Pracht, in ihrer Einzigartigkeit und in ihrer Individualität als solche. Ich möchte gerne die Blume reduzieren auf das Wesentliche, auf ihren Charakter, auf ihre Ausstrahlung, auf ihre Farbigkeit, ihre ganz spezielle. Nach dem Motto, weniger ist mehr, beschneide ich sie. Ich schneide sie, wenn es nicht irgendwie anders geht, von der Pflanze. Ich entferne sie, ich stelle sie vor einem weißen Hintergrund, reduziere sie dadurch auf die Blume. Dann kam ich irgendwann drauf, Mensch, du hast Blumen, fotografierst Blumen, was ist eigentlich mit den bedrohten Blumen? Diese Blume ist sehr zart, sehr weich. Die ist auch, wenn man die anfasst, ist die schnell, kriegt die sofort Flecken. Sehr empfindlich, sehr empfindsam. Hat eher was, als Mann würde ich sagen, eher was Weibliches. Also ihr gebe ich eher ein zartes Licht. Und ich sehe auch, dass ich mit meiner Annahme so, mit meiner subjektiven Annahme recht habe, weil die wesentlich schwieriger ist auszuleuchten. Der Kontrastumfang ist nicht so umfangreich. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier rein Licht noch haben will, dann muss ich da mit Mikrofaser-Lichttechnologie arbeiten. Während das Außen dann schon, wenn ich durch Licht schicke, schon völlig wegfrisst, wie wir Fotografen sagen. Das heißt, gar keine Zeichnung mehr da ist. Bei der Pflanze hier, der gebe ich durchaus ein härteres Licht. Weil die hat das verdient, meiner Meinung nach. Sie braucht das auch in ihrem Stolz, in ihrer Offenheit. Sie öffnet sich, sie ragt heraus, sie zeigt, schau her, da bin ich. Schau mich genau an. Ich komme dir entgegen. So guckt die mich an. Und die verträgt durchaus auch härteres Licht. Mir geht es auch darum, die Feinheiten, auch die vielen feinen Haare. Und diese Feinheit einer Blume, die in jeder Blume da ist. Wenn ich irgendwo in den Garten wähle, dann sind wunderschöne Blumen, wunderschöne Rosen oder in den Tropen wunderschöne Orchideen. Aber wenn ich sie explizit heraus trenne aus dieser Welt und sie auf eine Bühne stelle und sie von meinem Backdrop, von meinem Hintergrund neutralisiere, dann habe ich eine derartige Konzentration auf das Wesentliche dieser Blumen. Und das bringt mich eigentlich dahin, wo ich dann einfach drüber nachdenke. Was und wir erlauben uns, wir Menschen erlauben uns, dass diese Blume in drei Jahren, in zehn Jahren, in hundert Jahren verschwindet? Vielen Dank.